Hallo miteinander, ich bin Maja von lucify.ch. Heute Abend bin ich im Comedyhaus in Zürich. Da reden wir über ein sehr spannendes Stück, I'm Walking on Sunshine. Das ist eine Produktion von Maxim Theater und ich habe mit mir Jasmin Koch, die Regisseurin von diesem Stück. Könntest du dich vorstellen? Ich bin einerseits Dozentin für Film und Theater und ich schreibe Drehbücher und habe jetzt die letzten Jahre immer einmal im Jahr mit den SpielerInnen des Maxim Theaters ein Stück entwickelt, das heißt über Improvisation. Es gab immer ein Thema und über dieses Thema haben wir gearbeitet und die SpielerInnen haben aus ihrem Erfahrungsschatz erzählt, aber auch recherchiert und so sind dann schlussendlich immer die Stücke, das heißt die Produktionen, entstanden. Das wird aufregyahligen und nach stunden haben.